Wenn man die Verhältnisse zum Tanzen bringen will, gehört natürlich dazu, ab und zu selbst zu tanzen und miteinander zu tanzen und die Art und Weise, wie man Politik macht, zu verändern. Also partizipativ, auf Augenhöhe, nie nur auf die Partei gerichtet oder auf die Fraktion, sondern immer mit Partnerinnen und Partnern, das ist ein gemeinsam gepflegter Ansatz. Das ist ja auch die Idee unserer offenen Büros und so machen wir Politik in den Stadtteilen und ich glaube, dass es nur so gehen kann, Denken zu verändern und die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.